In der Früh der Erste auf dem See zu sein, ist jedes Mal ein besonderer Moment für mich. Die Ruhe, der schöne Sonnenaufgang und die Stille. Das sind Augenblicke, die ich die ganze Woche mitnehme. Der See mit seinen einzigartigen grün-türkisen Farben erfreut mich jedes Mal hier oben. Am Vorabend bringe ich die Netze aus und bin da immer schon gespannt, was ich fange. Ich hoffe natürlich auf schöne große Seeforellen, Renken und Seeseiblinge. Ich bin der eine Mühlinge, die wir ab die Zonne sehen. Ich bin der Flügel vom Knie der Flügel, der Flügel und der Flügel. Weggen die Flügel und den Flügel und den Flügel zu verben. Ich bin der Flügel und der Flügel und den Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020